Willkommen zu einem weiteren Battlelands Rural Video und zweimal in diesem Video den Battle Pass von Season 4 kaufen, richtig geile Sache, für 590 Battle Bucks und ja, da bekommt man auch extra Quests dazu, wöchentliche und nochmal ein paar extra richtig geile Sache und ja, schauen wir uns mal kurz mal unseren neuen Skin an und neuen Fallschirm und die Flagge natürlich auch noch. Richtige Sache, ich behalte jetzt ja am besten mal die Kronen Flagge jetzt hier, äh in den Kronen Fallschirm, da habe ich noch so einen komischen mit so einem Alien drauf, aber den fände ich nicht so toll, also behalte ich mal diesen mit der Krone da, so als Flagge haben wohl noch einen, keine Ahnung was es sein soll, dazu bekommen, aber naja, keine Ahnung und ja Leute, ich glaube es war es noch ein bisschen klein Video, zum Kauf von Battle Pass von Season 4 und dann bis nächstem Mal, ciao. Bis zum nächsten Mal.